Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum Xiaomi Mi Mix 2 Smartphone. Das Gerät habe ich jetzt sechs Wochen lang auf Herz und Nieren getestet, habe es immer wieder im Einsatz gehabt, habe es auch mit anderen Geräten verglichen. Und wir gehen gleich in die Nahaufnahme, gehen dann Schrittchen für Schrittchen die einzelnen Punkte durch. Verarbeitung, wie fühlt es sich an? Ist es nicht zu groß? Was ist mit dieser Keramikrückseite? Wie gut ist das Display? Die Lautsprecher? Ja, plural. Weil die Kameras, die Akkulaufzeit, die Performance und was ist mir sonst noch an dem Gerät aufgefallen? Aber zuerst nochmal ein dickes Dankeschön an Trading Shenzhen. Die haben mir das Gerät ausgeliehen. Das geht zurück an die. Das ist jetzt hier nur der Hinweis, das ist der Deal. Ich kann das Gerät testen, sag aber Trading Shenzhen hat es mir zum Testen gegeben. Das ist der Werbedeal, sagen wir jetzt einfach mal, aber ich kriege keine Kohle von denen oder sowas. Nur, dass ihr das ganz einfach, offen und ehrlich wisst. Und wofür ich Trading Shenzhen aber auch wirklich loben möchte, ist, die sind mir nicht auf den Beutel gegangen und haben gesagt, du Technik-Faultier, mach hin, Testbericht raus, wir brauchen das Gerät zurück. Nein, die haben gesagt, lass dir Zeit, lass dir so viel Zeit, wie du willst, teste es in Ruhe. Und ich meine, nach sechs Wochen sind die mir immer noch nicht auf den Beutel gegangen, sondern das finde ich auch mal sehr cool, muss ich auch mal loben. Aber jetzt in die Nachaufnahme. Und wir gehen die einzelnen Punkte der Reihe nach durch. Nummer eins von außen. Da gab es ja sehr viel Verwirrung drum. Was sind jetzt das für Materialien? In den Standard-Versionen haben wir nach wie vor einen Alu-Rahmen und die Rückseite ist dann aus Keramik. Es gibt aber auch noch eine Premium-Version. Da ist das komplette Gehäuse aus Keramik. Aber ich sag mal so, die Standard-Version, die für uns interessant ist, Alu-Rahmen und die Keramik-Rückseite. Ich habe das Gerät jetzt mal wieder nicht bewusst geputzt, damit ihr sehen könnt, A, es glänzt und B, mit der dunklen Rückseite zieht es natürlich auch magisch Fingerabdrücke an. Da seht ihr es ganz schön. Ich habe das Gerät aber unheimlich gerne in der Hand. Ja, das Keramik ist ein bisschen rutschig. Ja, gebe ich dem Ding. Aber mit dem nicht ganz so rutschigen Alu-Rahmen passt das eigentlich wunderbar. Und auch in meine, ich sag einfach mal normal großen Pranken, passt das 6 Zoll Gerät. Ich weiß, das Display sind 5,99 Zoll, aber das passt gut in die Hand. Aber es ist wieder ein großes Gerät. Es ist auch ein Gerät, wo ich sage, für kleine Hände oder, naja, ihr seid euch einfach bewusst, das ist ein Riesenteil. So, Verarbeitung, da möchte ich nicht dran motzen. Also hier wackelt nichts, hier klappert nichts. Ich habe es auch noch, also ich kann hier auch keine Abschürfungen erkennen. Weder beim USB-Type-C-Port noch, und das ist so das Einzige, wo ich vielleicht ein bisschen auf hohem Niveau jammern möchte, beim SIM-Karten-Slot. Der ist nicht ganz so sauber eingefasst. Aber den habe ich in der Zeit, dadurch, dass das Gerät auch mit im Urlaub war und SIM-Karten und Dual-SIM-Gerät ist und immer rein, raus, rein, raus. Ich sage mal so, der ist genau so auf dem Niveau, wie als ich das Gerät im Betrieb genommen habe. Aber das hier ist so nicht ganz so nett verarbeitet. Das wäre was, in der dritten Version könnten Sie da vielleicht noch einen anderen SIM-Karten-Slot reinbauen, der vielleicht nochmal einen Ticken besser mit dem Gerät abschließt. Aber keine Kratzer bisher herangekommen und vor allem, das ist vielleicht ein Manko von dem Gerät. Die Keramikseite, der eine oder andere kennt bestimmt das Video von The Verge, hört man auch inzwischen von anderen Nutzern. Wenn das Gerät runterfällt und vor allem, wenn es dann auf die Ecke fällt, Rückseite, Ecke. Keramik hat den Riesenvorteil, es ist kratzerresistenter. Ich habe hier auch keinen einzigen Kratzer auf der Rückseite, jedoch bricht es dann leichter. Und das haben dann schon Leute berichtet, dass dann wirklich Ecken rausgebrochen sind. Und das ist was. Startpreis für die Basisversion war vor sechs Wochen 500 Euro UVP. Ich glaube dann jeweils so 30 Euro für doppelten Speicherplatz. Inzwischen nähert sich das Gerät immer mehr den 400 Euro an. Und das muss es auch. Und das finde ich auch gut. Und für 400 Euro würde ich persönlich da auch sofort zuschlagen. Aber das ist eine andere Diskussion. Dazu kommen wir später her. Aber das soll man sich im Klaren sein. Nicht im Sonst packt da Xiaomi auch eine durchsichtige Hülle zu dem Gerät dabei. Aber Verarbeitung von außen. Ich mag es. Ich habe es gerne in der Hand. Das Gewicht, die Proportionen, das passt einfach alles. So, und dann kommen wir jetzt zur Vorderseite und auch zum Display. 5,99-Display-Auflösung sind 2160x1080. Ist Full HD+. Und das ist hier wieder dieses 18 zu 9 Format. Dieser neue, trendige, weg von 16 zu 9 hin zu 18 zu 9. Und wir haben die Ränder. Das machen wir einfach direkt die komplette Vorderseite in eine. Auf vielen Produktfotos sehen die Ränder deutlich dünner aus. Das hier ist so eine Randdicke. Ich sage mal ganz einfach, ein LG G6 ist ähnlich von der Randdicke. Einfach mal gesagt, das ist hier nicht randlos, will ich auf gar keinen Fall sagen. Nein, da ist noch ein sichtbarer Rand. Aber es ist ganz klar schlanker, als wir das so gewohnt haben. Beziehungsweise es ist genau der Trend, den wir 2017 bei den Smartphones gesehen haben. Einzig unten ist es dann etwas dicker. Das hat den Grund, nein, hier unten sind keine Tasten noch verbaut. Die sind on screen, sondern hier unten ist noch die Kamera. Und die Frontkamera ist auf der rechten unteren Ecke. Und das ist Murks, aber dazu kommen wir gleich später noch. So, aber auch Display mag ich. Also Auflösung, wir kommen hier glaube ich auf 403 ppi ist das Pi mal Daumen. Die Farben sind in Ordnung, die Blickwinkel sind in Ordnung. Die Helligkeit reicht auch aus. Sie reicht so gerade aus, um auch bei bestrahlendem Sonnenschein noch was zu erkennen. Natürlich, ich habe mit dem Gerät auch am Strand gelesen, dann schirmt man sich immer so ein bisschen ab, um da noch was zu sehen. Und hier und da wird man sich vielleicht wünschen, dass man es vielleicht noch ein bisschen heller bekommt. Aber, ihr seht es gerade, wie die Kamera abdunkelt mit den Reflexionen. An dem Display möchte ich nicht meckern. Das ist wirklich was, was total in Ordnung ist. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Also Display passt, also wirklich passt. Egal, ob es jetzt ein 400 Euro Gerät oder ein 500 Euro Gerät wäre, an dem Display mag ich nichts auszusetzen. Kommen wir als nächstes zu den Lautsprechern, Plural. Und der Hauptkritikpunkt beim Xiaomi Mix 1 war ja, dass der Lautsprecher, beziehungsweise keine Öffnung da war, sondern der Lautsprecher unter dem Display war. Hier beim Mix 2 haben wir eine kleine Lautsprecheröffnung, die zum normalen Telefonieren dicke ausreicht. Und sie gehen noch einen Schritt hin. Dieser kleine Lautsprecher arbeitet zusammen mit dem normalen Lautsprecher. Und wir haben so, naja, wieder halt, ich sag mal, 80% vom Klang kommen hier unten raus, 20% da oben. Und ich starte einfach mal ein Video. Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter mit dem neuen Apple iPhone X oder auch iPhone X. Diesmal durchlaufen wir den Einrichtungsprozess, schieben vorher unsere Nano-SIM-Karte rein. Und dann gucken wir mal, welche Apps sind von Apple vorinstalliert worden, wie viel freien Speicher... So, die Lautsprecher, das ist einfach wieder schön, dass beide zusammenarbeiten. Ich hab's erzählt, 80%, vielleicht auch 90% vom Klang kommen hier raus. Der Rest davon macht aber zusammen einen Standard, einen guten, ich sag mal, einen soliden Eindruck. Die sind nicht besonders laut. Dafür zerren sie auch nicht. Bei meinem Badezimmertest versagt das Gerät leider, bedeutet, das Gerät neben der Dusche liegen haben. Ich stehe unter der Dusche und versuche dann Nachrichten zu hören. Haut nicht ganz hin. Es ist zu oft, dass es, je nachdem wie stark das Wasser dann plätschert, ob ich den Kopf gerade drunter halte oder nicht. Sie könnten einen Ticken lauter sein dafür. Auch so, ihr werdet hier mit keine Küche-Party beschallen oder sowas. Aber für den normalen Einsatz, damit am Schreibtisch was hören, nebenher dudeln, abends ein Hörspiel hören, gar kein Problem. Von mir aus auch auf dem Sofa im Hotelbett sitzen und damit eine Netflix-Folge, Serie oder was auch immer gucken oder YouTube-Videos. Passt absolut. Dafür haben sie aber auch den Vorteil, dass sie nicht besonders laut werden. Sie zerren auch nicht nach oben raus. Die zerren, glaube ich, erst so ab, ich würde mal aus dem Bauch aus sagen, ab 90, ab 95 Prozent. Und was richtig schön ist, ich weiß ja nicht, ob das am Keramik liegt, dass das vielleicht weniger schwingt. Aber auch bei 100 Prozent habe ich so gut wie kein Vibrieren in den Pfoten. Und das finde ich schön, gerade wieder, wenn ich damit rumspiele. Also Lautsprecher ist einfach nur Standardkost. Da mag ich nicht am Motzen, aber ich sage so viel, zum Telefonieren, Audioqualität damit, auch Standard. Das funktioniert und das ist um Welten besser und genialer beim Mix 2 als beim Vorgänger, dem Mix 1. Also wer sich darüber geärgert hat, das ist definitiv was. Ja, das ist, damit kann man seinen Alltag problemlos bestreiten, ohne dass man millimetergenau den Schwingungskopfhörer an seinem Ohrknöchelchen platzieren muss, damit das vernünftig hinhaut. Also Lautsprecher auch, Daumen rauf. Von den Lautsprechern kommen wir zur Kamera. Und da muss ich sagen, hätte man sich mehr erwartet. Viele sagen ja, das Mix 2 ist das neue Flagship von Xiaomi. Nicht mehr die Notreihe, sondern jetzt das Mix 2. Würde ich auch so sehen, auf dem Papier mit den ganzen unterstützten LTE-Bändern. Ja, wir haben ja auch Band 20, aber Snapdragon 835, 6 GB Arbeitsspeicher, das Ding spielt oben mit dabei. Okay, also vergleichbar, einfach jetzt nur von den Leistungskategorien, als ob wir dann so ein Galaxy S8 hätten. Von mir aus auch ein Note 8 wegen der Größe oder S8 Plus, machen wir immer einen Kompromiss. Mit den aktuellen iPhones, mit den Google Pixel Geräten, mit den Huawei P10 oder Mate 10 Generationen. Also in die Richtung soll ja das Ding da oben mitspielen. Macht es in vielen Bereichen auch. Die Kamera gehört aber nicht dazu. Das ist einfach, wenn das andere die Oberklasse oder High-End Klassen sind, dann ist das hier obere Mittelklasse maximal. Ich kriege hiermit auch ein paar schöne Bilder, wenn ich einfach was Buntes auf dem Tisch habe. Wenn da genug kommt, also dann sieht das schön aus. Aber, sobald ich, ich sag mal, Himmel habe, auch mit HDR, ohne HDR, Himmelbilder werden halt nicht so, bei Weitem nicht so schön mit den Blautönen oder mit den, ne, hier und da sind sie einfach zu hell. Das ist haut nicht, also um ganz oben mitzuspielen. Ich will jetzt nicht sagen, jammern auf hohem Niveau. Ich will nur sagen, dass ihr die Kamera realistisch einschätzt. Wir sind hier auf dem Kameraniveau von Flagship-Geräten vielleicht von vor zwei, drei Jahren. Kann man mit leben. Ich hätte da auch vor zwei, drei Jahren keine Probleme gehabt zu sagen, ne. Die Kamera reicht mir aus, um tagsüber, wenn ich in ein helles Urlaubsland fahre, mit genug Licht, damit meine ganzen Urlaubsbilder zu machen und die Digi-Clipse zu Hause zu lassen. Ja, aber verglichen mit den Kameraleistungen der High-End-Geräte, die wir heute haben, stinkt das Mix 2 einfach ab. Das heißt nicht, dass ich damit auch keine vernünftigen Bilder mache. Nein, gar kein Fall. Wenn ich genug Licht habe, wenn ich mir Zeit lasse, kriege ich ja auch mit richtig schönen Bilder hin. Aber nicht auf dem Niveau von den Großen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Sobald es dunkel wird, kriege ich auch ein starkes Bildrauschen rein. Da werden die nicht mehr so prickelnd. Also, tagsüber kann man damit auch vernünftige Bilder machen. Sobald es dunkel wird, nee. Was das Ding auch kann, ist zwar 4K-Videos aufnehmen oder das komplette Videozeug. Der hat auch einen brauchbaren OIS. Will ich dem Gerät gar nicht, also optischen Bildstabilisator, will ich dem Gerät gar nicht abstreiten. Ja, aber ihr wollt hiermit keine Videos machen, beziehungsweise Videos sehen nicht so schön aus. Oder es ist egal, ob ihr dann 4K filmt, Full HD filmt. Das ist einfach immer, als ob es ein Ticken weniger gut wäre von der Auflösung. Also 4K sieht wie 1080p aus. 1080p sieht wie 720p aus. Einfach jetzt von meinem Gefühl. Was aber überhaupt nicht geht, ist die Mikrofon-Audio-Aufnahme-Qualität bei Videos. Das Ding kriegt das überhaupt nicht mehr. Also ich hatte es schon lange kein Gerät mehr. Und es ist kein Sonntagsgerät. Ich habe es auch bei anderen Geräten sehen können oder hören können. Die Audio-Aufnahme-Qualität von dem Gerät ist bei Videos unterirdig. Das heißt, es hat jetzt aber nichts mit der Telefonfunktion zu tun. Wenn ich mit dem Gerät telefoniere, gar kein Problem. Einfach Standardkost. Aber Video-Aufnahme-Qualität vom Ton her ist murks. Ich weiß nicht, ob da irgendwann nochmal ein Software-Update kommt oder sowas. Aber Videos mit Ton will man mit dem Gerät nicht aufnehmen. Ohne Ton geht es. Aber mit Ton nein. Ist übrigens dann auch total egal, ob Frontkamera oder Rückseitenkamera. Frontkamera, habe ich ja gesagt, befindet sich rechts unten. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig beim Selfies aufnehmen. Weil man gewohnt ist, oben hin zu gucken. Jetzt muss man hier unten hingucken. Und das Blöde ist, wir kennen es ja alle. Man versucht ja immer Fotos, die Kamera mindestens auf Augenlinie zu haben. Vielleicht sogar noch ein bisschen von oben. Damit man keinen Doppelkinn drauf kriegt. Und ich habe es mir komplett angewöhnt, Selfies oder für Selfies das Ding einfach rumzudrehen. Und dann habe ich die Kamera nicht mehr rechts unten, sondern links oben. Und dann ist es einfach alles wie gewohnt. Blöde halt nur, dass man das Gerät dann immer rumdrehen muss. Bei mir ist das aber, ich sage mal, für die Selfies in Fleisch und Blut übergegangen. Und es geht schnell. Man hat keine Verzögerung. Und so oft, wie ich das gemacht habe, kann ich einfach mal zurückgehen auf die Rutschigkeit, Glitschigkeit von der Rückseite. Ich hatte wirklich nicht einmal Angst, dass mir das Gerät aus der Hand flutscht. Das vielleicht noch zu dem ganzen Kamerazeugs auch noch zu erwähnen. Kommen wir zur Performance. Snapdragon 835er, 6 GB RAM. Ich habe es erwähnt. Die Kiste rennt. Das Ding ist, ich sage mal so, performancemäßig ein absolutes Tier. Egal, was man hier mitmacht. Man springt durch die Apps. Die 6 GB Arbeitsspeicher reichen für egal was aus. Und das ist es einfach. Performance-mäßig ist das wieder so was. Da spielt das Ding problemlos in der High-End-Liga mit all den anderen Geräten mit. Also unter der Haube. Da ist richtig Performance. Und die Kiste läuft. Und ich hatte ja Xiaomi-Smartphones bisher eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Das muss sich wirklich ändern. Nicht nur, weil sie jetzt nach Europa auch offiziell kommen. Hallo Spanien. In Ungarn waren sie ja beim Media Markt auch schon vertreten und sowas. Sondern es ist einfach Zeug, wo ich sage, Nummer 1, die Performance ist super. Die klatschen natürlich ihr eigenes UI noch mal drauf. Aber die Kiste, das Ding rennt. Auch von den Einstellungen. Egal, was ich damit mache. Hinten her, hüpfti, hüpfti. Spiele. Das Ding ist auch zum Zocken super. Und egal, was wir dann haben. Das Spiel startet rucki zucki. Ich meine, jetzt brauche ich euch nicht zu sagen. Snapdragon 835, 6 GB RAM. Da ist kein Mikro-Ruckeln zu sehen. Die Kiste rennt einfach. Und vor den Lautsprechern, wenn wir es mal voll machen. Das haut einfach 1A in. Und ich habe auch, gut, ich mache es jetzt nicht auf volle Lautstärke, die Musik. Aber ich habe hier gerade bei Spielen null Vibrationen. Und das ist was. Ich glaube, das habe ich bisher bei so gut wie keinem anderen Smartphone. Das rockt schon wirklich. Aber Auflösung, wer jetzt sagt, vielleicht ist Full HD für ein 6 Zoll Display viel zu niedrig. Nein, wir sind hier über oder um die 400 ppi. Das sieht einfach alles schick aus und funktioniert einfach und läuft. Und egal, was ich damit mache, die Kiste rennt. So, das wollte ich dann nur noch zum Spielen sagen. Und egal, mit welchen anderen Apps ich es probiert habe, große, kleine, das funktioniert. Also performance-mäßig braucht man sich bei dem Gerät wirklich nicht verstecken. Und das ist wieder einfach, wo ich sage, high-end, also problemlos. Was wir hier Xiaomi-mäßig ja noch haben, ist eigenes User-Interface, habe ich ja erzählt. Die Dinger kommen aus China. In China sind Google-Dienste verboten, beziehungsweise nicht zugelassen. Und Google hat sich auch gesagt, irgendwann mit der chinesischen Regierung piept drauf, wir machen unser eigenes. Das heißt, bei diesen ganzen China-Sachen, diesen Xiaomi-Geräten, die kommen ohne Google-Dienste ursprünglich. Inzwischen hat man auch gelernt, dass, wenn man im Ausland die Dinger, gerade in Europa und so verticken will, Google-Dienste da gefragt sind, das heißt der Google Play Store. Und je nachdem, wo man die Geräte bestellt, sind die Dinger dann auch schon vorinstalliert. Es kann aber auch sein, dass man da selber noch Hand anlegen muss. Das ist heutzutage aber deutlich einfacher und auch bei Xiaomi-Geräten alles möglich. Und es gibt da draußen Anleitungen wie Sand am Meer. Ich habe hier nach wie vor nur die normale englische Sprachversion drauf, beziehungsweise chinesisch-englisch. Beim Mix 2 war es so, das war damals nach Start, hieß es so sechs Wochen, dann ist auch die globale Software-Version erhältlich, dann auch mit deutscher Sprache, mit den ganzen Diensten und, 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 und. Habe ich persönlich jetzt noch nicht drauf gepackt. Nummer eins, weil mich das Englische nicht gestört hat. Nummer zwei, weil Play Store und alle Google-Dienste schon drauf installiert waren und einfach problemlos liefen. Ich gehe aber natürlich hin und werde damit auch noch ein bisschen mehr in die Google-Richtung mitmachen. Und ich höre schon ein Google, ein Xiaomi One-Gerät mit Android Wonder-Trapsen. Ne, das hieß A1. Aber egal, anderes Gerät, anderes Thema. Trotzdem, selbst wenn ich hier nur das Xiaomi-Zeug drauf habe, plus das Google-Zeug, rennt. Also will ich nicht sagen. Und vor allem, es gibt hier genügend Sachen und zum Beispiel Einhand-Modus. Ich habe ja auch dieses Streichen, wobei im Tutorial sieht das total bescheuert aus. Da heißt es dann auch, wie, ich sage mal, wie bei Huawei einfach von über den Rand gehen. Das klappt aber so gut wie nie. Wie, ich habe mir angewohnt, also so einen Halbbogen, also so einen Viertelkreis runterziehen und dann funktioniert es, ich sage mal, acht von zehn Mal. Können andere Hersteller ein bisschen besser? Ja. Aber das funktioniert hier auch. Und vor allem so schöne Sachen wie, dass ich dann die Größe von hier anpassen kann und so was. Und das hier mit der Xiaomi-User-Face-Software. Und die hat noch ein paar andere nette Sachen. Ein Lesemodus hier mit dem. Also das war mein erstes wirklich über Wochen ausführliches Leben mit der Mi-Software und passt. Also ich hatte hier, ich bin total positiv davon überrascht. Am Anfang war natürlich alles bling, bling und neu. Aber damit kommt man, kommt man klar. Also und vor allem, es läuft flüssig. Ich habe keine Ahnung, was dann Hersteller wie Samsung oder hier und da auch LG mit ihren, oder Sony mit ihren User-Interfaces anstellen, dass die Kisten nicht rund laufen. Und hier kommt, es geht gut. Es sind natürlich auch super duper performante Hardware. Okay, das ist vielleicht hier und da ein bisschen unfair, auf der Hardware langsam laufen zu lassen. Das kriegt noch nicht mal Nokia HMD Global hin. Nokia 8 Review kommt auch noch. Aber was ich einfach sagen soll, will performance-mäßig und von der Software absoluten Daumen rauf. Da bin ich sowas von positiv von überrascht gewesen. Kommen wir zum Akku. Ihr seht, es die ganze Zeit schon postet, liegt parat. Da sind jetzt keine Überraschungen mehr. Wir haben einen 3400 mAh Akku verbaut. Mit dem ich richtig zufrieden bin. Das Huawei Mate 10 Pro mit seinen 4000 ist nochmal einen Ticken besser. Klar, kein Wunder. Aber das Ding ist auch ein richtig solider Akkuläufer. Auch ein Dauerläufer. Ich mache mal erstmal die Zahlen. Eine Stunde Netflix mit Autohelligkeit. Verbraucht 10%. Passt. Eine Stunde Netflix auf 100% Helligkeit. 17%. Auch mit so einem fetten Akku. Da war ich sehr überrascht, dass das Display dann auf voller Helligkeit so viel Strom ziehen kann. Habe ich etlich mal testen gemacht. Aber auch mit anderen Streamingdiensten bzw. mit YouTube. Bei voller Helligkeit und Videos hat das Ding gezogen wie Hulle. Das sind aber dann nur, wenn ich das eine komplette Stunde mache. Und vor allem das sind Szenarien, falls ich damit am Strand sitze. Das ist das Einzige, wo ich diese Helligkeit brauchte. Unter normalen Bedingungen sind es eindeutig eher für eine Stunde Videos gucken um die 10%. Also nah an den 10% dran. Eine Stunde normale Nutzung. 12%. Wobei ich auch da wieder hingegangen bin und die Helligkeit doch nochmal ein bisschen heller gestellt habe. Weil ich es ein bisschen angenehmer fand. Aber ihr seht es an den Zahlen. Eine Stunde Comics lesen. Das Ding ist auch eine nette Comiclesemaschine in der Größe vom Display. Wieder 10%. Display on. Irgend so, je nachdem wie man es fordert. 10%. Auch wenn ich es damit härter fordere. Natürlich mit Spielen, Hotspot aufmachen oder sowas. Dann kriege ich es natürlich auch dementsprechend schneller leer. Aber im normalen Alltagseinsatz würde ich dem Gerät fast sagen, Normalnutzer kommen problemlos zwei Tage rum. Und Intensivnutzer schaffen hier mit problemlosen Tag. Und das sogar, wenn ich einen Hotspot aktiviere. Da wird es dann zwar in den Abendstunden langsam knapp. Wenn ich morgens um 8 Uhr den Hotspot anmache, wie ich im Urlaub es gemacht habe. Gerade bei Dual-SIM-Geräten. Um dann halt andere Geräte auch ins Internet zu kriegen. Und den ganzen Tag bleibt der Hotspot an. Dann wird es zwar auch nach 12 Stunden gegen abends langsam knapp. Wenn man das Gerät parallel auch noch intensiv benutzt. Also damit Fotos macht. Damit rumnavigiert. Damit liest. Damit surft. Damit WhatsApp-Nachrichten schreibt. Und, und, und. Aber auch da schafft man es durch den Tag. So, und das ist was passt. Also das ist wieder was Akkulaufzeit mäßig. Schöne Kombination. So. Wobei ich da auch wieder einfach sage. Hier, so ein Mate 10 Pro ist nochmal andere Kategorien mit 600 mAh mehr. Und, und dem, dem, dem OLED-Display. Aber auch das Xiaomi Mix, Xiaomi Mix 2 mit, passt. Äh, Quick Charge ist glaube ich mit an Bord. Ich habe jeweils nicht, niemals länger als zwei Stunden gebraucht, um das Gerät wieder vollzuladen. Kommt natürlich auch mal auf die Ladeteile an, die man damit benutzt. Aber akkumäßig bin ich damit total zufrieden. Und wer sich jetzt freut. Yes, wir haben eine Keramikrückseite, drahtloses Laden. Äh, äh. Nein, haben wir nicht. Was auch nicht mit an Bord ist, ist IP-Zertifizierung. Das Ding ist also nicht wasser- und staubdicht. Das ist halt Kategorie, gerade, ich habe es ja mit dem Runterfallen erzählt, das ist ein Gerät, da geht ihr vorsichtig mit um. Das nehmt ihr nicht mit in den Pool, da geht ihr nicht mit Mountainbiken und ansonsten habt ihr dann eine fette Panzerhülle oder sowas rum. Und man sollte schon darauf aufpassen, gerade weil auch mit Reparieren aus Asien und Xiaomi-mäßig, naja, wenn die vielleicht jetzt offiziell mal bei uns in Europa starten, dann wird es vielleicht einfacher. Und je nachdem, bei welchem Händler man die Dinger bestellt, haben die ja auch noch deutsche Ansprechpartner und Serviceleistungen oder sowas und helfen einem da. Aber in der Regel müssen die Dinger ja dann doch nach Asien eingeschickt werden, da repariert werden, dann zurück. Und dann wird es aus dem Schnäppchen, naja, das muss man beim Preis mit einrechnen. Und deswegen, ich komme jetzt zur Preisdiskussion, war ich ein bisschen skeptisch, dass ich, als das Gerät mit 500 auf den Markt gekommen ist. Natürlich, viele Specs sprechen dafür, andere aus dem Test jetzt, Audioaufnahmequalität, Kameras, ne, hinkt es anderen Geräten hinterher. Und vor allem, man darf nicht vergessen, ein Samsung Galaxy S8 ist inzwischen für 500 Euro erhältlich. So, oder von mir aus, ich glaube, die sind sogar schon drunter. Oder von mir aus, wenn wir uns die ganzen LG G6-Dinger angucken, die dann auch schon Richtung 400 gehen. Oder wir haben die OnePlus 5-Geräte, wo ja nächste Woche der 5T-Nachfolger rauskommen soll, die sich ja auch UVP 500 bewegten. Und eigentlich auch bei vielen Händlern günstiger Richtung, wenn man dann Richtung Asia-Händler geht, auch für 400 Euro erhältlich sind. Und auch, ne, problemlos mithalten und vielleicht, ich glaube, ich würde die Kamera vom OnePlus, also vom 5er, dem Gerät vorziehen. Nur mal, wenn wir da in der Kategorie sind. Oder aber Nokia 8er-Geräte sind ja auch hier problemlos für 500 Euro erhältlich und spielen auch ähnliche Vergleichsdinger. So, und deswegen sagte ich, für 500 Euro hatte ich damals, nee, auch wenn man sich über ein Xiaomi-Gerät mit Band 20 freut. Aber jetzt, wo das Gerät Richtung 400 Euro geht, also für 400 Euro, das wäre meine magische Grenze, wo ich mich drauf stürzen würde. Aber problemlos im Hinterkopf haben, Kamera spielt nicht auf dem Niveau von der Performance und der Akkulaufzeit zum Beispiel. Das klar im Hintergrund haben. Und wer das Gerät braucht, um vernünftig oder viele Videos damit zu machen, eher weniger. Und wer damit irgendwie Videos mit Audioaufnahmequalität machen will, auf gar keinen Fall. Vielleicht kommt da nochmal ein Software-Update oder sowas, aber ich weiß es nicht. Aber Mikrofonaufnahmequalität für Videos ist einfach Murks. So, das ist so mein Fazit zu dem Teil. Also für 400 Euro, 64 GB Version, sofort, sofort oder vielleicht für 30 Euro dann mehr Speicherverdopplung würde ich vielleicht auch noch mitnehmen. Wir haben Dual-SIM, aber kein Micro-SD, keinen Platz für eine Micro-SD-Karte. Trotzdem sage ich, 64 GB sollte für viele ausreichen. Wenn ich hier mal kurz gucke, ich habe hier jede Menge offline gespeichert. Ich hatte, glaube ich, eben nochmal nachgeguckt, das waren, hier sind immer, das ist die 128 GB Version und hier sind immer noch, ich glaube, dicke 80 GB frei. Das heißt, auch bei der 64 GB Version hätte ich da wahrscheinlich immer noch 20 GB Pi mal Daumen frei, 15 oder sowas. Passt. Und, was ich sage, dadurch, dass man hier bestimmt nicht viele Videos mitfilmen möchte, sollte das vom Speicherplatz dicke ausreichen. Trotzdem vorher Gedanken darüber machen, später Speicher auch weiter nachrüsten ist nicht. So, damit sind wir die ganzen Punkte durchgegangen. Software, Verarbeitung, Kameraqualität, Lautsprecher, Performance, Akkulaufzeit, Display, Telefonieren habe ich auch zugesagt. Wir haben keinen Kopfhöreranschluss, wir haben einen Adapter, aber da ist einfach Dongle live oder man geht auf Bluetooth. Da habe ich keine Probleme mit gehabt, egal was ich mitgenommen habe, ob jetzt Bose, Sennheiser oder sogar Apple AirPods, hat alles problemlos funktioniert. Und ansonsten Xiaomi Software, das ist das, ihr habt ja eigentlich zwei Sachen, über die ihr euch schlau machen müsst. Das Gerät natürlich aus Asien irgendwo kaufen zu können, wie ist das dann mit dem Zoll, wie ist das mit der Garantie. Das muss man alles in den Preis einfließen lassen, deswegen sage ich 400 Euro deutlich besser, wäre das, wo ich sagen würde, das ist so die Grenze für ein Smartphone aus Asien, wo ich halt viele, naja, keine Ansprechpartner habe, wo ich vielleicht das Risiko eingehe und wo ich ja sage, ein Gerät, wenn es mal runterfällt mit Reparaturteilen, ist so eine Sache. Und das zweite ist natürlich die Mi Software von Xiaomi, da vorher bei so einem Gerät definitiv schlau machen. Aber nichtsdestotrotz, trotz allem Kombination, ich bin super positiv überrascht von dem Gerät. Und für 400 Euro, ja, 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 ja. Auch, vielleicht sollte ich damit noch ein vernünftiges Vergleichsvideo machen mit einem OnePlus 5 oder vielleicht einem 5T in Zukunft, je nachdem, wie teuer das wird, einem Nokia 8, vielleicht auch noch einem Samsung Galaxy 8, dass man diese, ich sage mal, 400 bis 500 Euro Preiskategorie gegeneinander auch mal antreten lässt. Das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken und macht es gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.